Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde One in the Chamber. Wir spielen die Map, ähm, Tree in the Chamber heißt sie, glaube ich, und ich spiele auf meinem Z-Account, weil ich eine neue Maus habe und mit der ein bisschen üben muss. Und, ähm, ich habe ein Thema und so ist das Thema, dass ich irgendwie voll wenig Videos in letzter Zeit hochgeladen habe und auch gemacht habe. Ähm, es liegt daran, dass ich halt vor meiner neuen Maus halt eine Scheißmaus hatte, mit der ich nicht spielen konnte und deswegen wollte ich damit nicht aufnehmen, weil ich damit halt nur rum genug bin und das soll ja eigentlich so ein bisschen skillvolle Videos werden, so ein bisschen zumindest. Und, ja, jetzt habe ich die neue Maus, mit der ich aber noch üben muss. Also ich bin noch nicht wirklich gut mit der und deswegen kommen im Moment keine Videos. Und außerdem habe ich jetzt ja Geburtstag gehabt und deswegen hatte ich jetzt zum Beispiel Mittwoch, als ich Geburtstag hatte, 5.12. und so, hatte ich keine Zeit. Deswegen, und heute habe ich eigentlich auch keine Zeit, heute ist nämlich Sonntag, da kommen Gäste. Und, ja, deswegen so ein bisschen, also ich bin ein bisschen busy im Moment. Tut mir echt leid und ich habe wirklich in den letzten drei, das ist kein Witz, ich habe in drei Stunden jetzt versucht aufzunehmen, Survival Games oder irgendwas, aber ich habe es irgendwie nicht hinbekommen und, oh mein Gott, wenn mich der Blockhater gekillt hätte, na, dann hätte ich aber gekotzt. So, ähm, ja, und auf jeden Fall habe ich in den letzten drei Stunden halt richtig versucht aufzunehmen. Alles mögliche, Survival Games auf Hive, auf meinem richtigen Account, auf dem Account hier, also Handicad 2 heißt der ja, kein Premium, aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. Ähm, dann habe ich noch Endergames versucht aufzunehmen, hier Raidmund versucht aufzunehmen, 64 Survival Games auf Gombus Server, also mit 64 Leuten habe ich versucht aufzunehmen, habe es auch nicht hinbekommen und, ja, also, keine Ahnung, jetzt nehme ich aber diese One-Ended-Schimmer-Runde, weil die bis jetzt ja ganz gut ist. Und, ja, ähm, wahrscheinlich fragt euch jetzt, wollen wir mich nicht auf dem anderen Account spielen, das liegt daran, dass ich auf dem hier noch angemeldet bin, einerseits, und zweitens habe ich auf dem anderen Account genau 250k, und das soll erstmal so bleiben, so kurz jetzt ein bisschen, weil irgendwie finde ich, das ist eine völlig coole Zahl, und der andere Typ musste auf mich gehen, weil ich ein One-Hit war oder, naja, so. Auf jeden Fall habe ich auch ein anderes Texturen-Pack jetzt, also es ist wieder so ein selbstgebasteltes Texturen-Pack, und, ja, also dazu wird allerdings später nochmal irgendwann was kommen, wenn ich mal wieder Survival Games bringen sollte, also, ne. Im Moment fuckt mich nämlich Survival Games richtig heftig ab, weil ich einfach auf dem Account hier getargetet werde, ich verstehe es nicht, ich hatte, das war einfach so behindert, ich hatte vor einer Runde, da wollte ich aufnehmen, bin so, äh, Rustic war das, also eine von den neuen Maps, ich gehe so an den Spawn, und denke mir so, ja, okay, mal gucken, was ich bekomme, kriege einen Kürbiskuchen, ich denke mir so, okay. Dann werde ich von einem Typen mit voller, schon voller Rüstung, vor allem nach direktem Spawn, ne, mit voller Rüstung verfolgt, der mich dann ins Wasser gejagt hat, und mich immer noch verfolgt hat, bis dann sein Teammate ankommt, der ihn geboostet hat, und dann noch richtig schlecht geboostet, also man kann ja schlau boosten, und man kann dumm boosten, und das war einfach so richtig dumm von denen, und, ja, keine Ahnung, der Typ hat mich verfolgt, weil, keine Ahnung, es gibt keinen Grund dafür, ich habe weder viele Punkte, ich habe irgendwie 8000 oder so, das ist nicht viel, ich habe auch nicht Premium, also man könnte nicht erkennen, dass ich irgendwie gut bin oder so, weil manchmal denkt man sich ja bei Premiums die Besser sind oder so, außerdem habe ich keinen Opti-Fine-Cap, was man ja auch so wie Premium benutzen könnte, also man könnte ja auch denken, dass Leute mit Opti-Fine-Caps besser sind, habe ich aber nicht, ich hatte keine Rüstung an, ich hatte nicht mal ein Schwert in der Hand, ich hatte nichts in der Hand, ich hatte nicht mal was in meinem Inventar, außer diesem Kürbiskuchen, und der verfolgt mich trotzdem mit seinem Teammate und voller Rüstung für 150 Punkte, für 200 Punkte, keine Ahnung, und, ja, irgendwie ist das die ganze Zeit schon so, also es fuckt einfach nur noch ab, und deswegen habe ich nichts zu Bock dazu, und ich habe gewonnen, GG, und, ja, ich hoffe, ihr versteht das so ein bisschen, und, ähm, ich möchte nicht mit 2 Games aufhören eigentlich, also es macht mir eigentlich voll viel Spaß, vor allem weil ich auch in meinem Maus ab und so, ich würde gerne spielen, aber es geht halt nicht, und vielleicht werde ich irgendwann mal ein 4er-Team machen, oder so, damit ich ein Gameplay für einen Commentary habe, oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, ja, ich wollte dieses Video eigentlich nur machen, weil schon zu lange nichts mehr kam, schon 4 Tage oder 5 Tage, ich weiß nicht genau, und, ja, ich hoffe, ihr versteht meine Lage so ein bisschen, und wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt einfach mal Hashtag Dragon in die Kommentare, weil vorhin hat jemand, oder Drache, schreibt Drache in die Kommentare, Hashtag Drache, weil das hat vorhin jemand in den Chat geschrieben, und dann habe ich das einfach gesagt, und dann wurde ich im Deathmatch gekillt von der Pekka, und, naja, so, auf jeden Fall, bis hierhin geguckt, Hashtag Drache, hoffe, ihr versteht meine Lage, und, ja, bis zum nächsten Mal, und reinhört, ciao. Bis zum nächsten Mal, 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 bis zum nächsten Mal,